HELLO! Ey! Wir haben eine Verfolgungsjagd! HELLO! Ich bin ein stärker Polizist, obwohl ich keine Waffe habe! Bleiben Sie stehen! Sofort! Waffe runter! Das habt ihr mir geklaut! Das habt ihr mir geklaut, Alter! So Leute, ich verhafte ihn kurz. Dann sehen wir uns gleich. Tschau! So! Wir haben ihn verhaftet! Machst mich raus! Ne! Hahaha! Was sollst du jetzt tun? Was? Was sollst du tun? Röpfchen! Ficken macht Spaß, weil jeder es kann! Ficken wir zusammen! Ist das denn? Leute! Sagen Sie was sie gemacht haben! Dann können wir euch rauslassen! Ich hab die Waffe geklaut! Und ein Mensch getötet! Okay! Ja, er ist knapp tot! Na kommen Sie mal raus! Kommen Sie! Kommen Sie her! Seid ihr jetzt nett? Zu anderen Menschen? Ja! Ja! Sag nochmal! Ja! Okay! Ja! Okay! Die Waffe brauche ich zum Jagen! Aber töten Sie keinen! Und warum? Weil ich bin fast Jäger! Also ich möchte jagen! Okay! Okay! Oh! Oh! Okay! Dann komm mal mit! Also wir gehen wieder auf den Eis! Was ich schon letztes Mal gezeigt habe! Unser Gefallen versteckt! Dann gehen wir da! Und ja! Ja! Da kommen wir! Hey! Leute! Guck mal! Die Fische an! Guck mal! Bam! Mann! Wie schwul! Diese Fische! Warum? 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 Was machst du? Mit nem Schwert! Mit nem Schwert! Warte! 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 Leute! Guck mal! So tun das Profis! Nee! Nicht auf! Nee! Die soll auf platzen! Nee! Die soll auf platzen! Warte! Leute! Guck mal! Nein! Warte! Das Film! Von hier so! Film! 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 Filmst du? Ja! Haben die es gesehen? Nochmal! Siehst du es? Filmst du es? Ja! Filmst du es? Filmst du es? Filmst du? 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 Lieber mein Trick, oder? Mein Trick ist am Besten. Halt vorhin meine Augen! Ok Leute, komm, wir gehen mal weiter. Komm, wir gehen weiter, bevor wir hier alles... Komm, 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 komm! So, so, so! Komm, hier, nimm... Hä? Ja, die hat Pfand! Nicht was? Komm! Oh, oh, guck mal! Das Eis taut hier! Ja, guck mal! Es fängt an zu tauen! Komm, Besen! Was tust du? Ach so... Guck mal, es taut! Ja... Taut langsam! Also, heute ist ja der vierte März! Sagt mal, wie viel grad bei euch ist! Schreibt's in den Kommentaren! Ja! 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 Okay, dann gehen wir... Was? Was? Was guckst du? Was? Was? Geh weiter! Was guckst du? Sag's doch einmal! Ja! Sag! Sag! Ich wollt' gucken, wie viel grad ist gerade! Sag! Sag! Ich wollt' gucken, wie viel grad ist gerade! Sag! 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 Sag oder so! Griefer irgendwie! ... Ich weiß wie... viel grad! Aber komm jetzt! Aber... Ähhh.... Erstmal, wenn wir das Video aufhören, dann gucken wir, wie viel grad ist gerade. Okay, dann kommen... Sit! Warte, wir gehen gleich zururaschin und dann sehen wir uns gleich! So Leute! Wir sind gleich da! Also wie immer! Wenn euch das Video gefällt... like button flanken! und den Abo-Button nicht vergessen. Das geht gar nicht so. Das geht gar nicht mal so. Das geht gar nicht so. Ich sing das aber so. Okay, lass es. Okay, Leute. Beim letzten Video, wenn es ihr gesehen habt, waren wir hier auch drauf. Und da ist meine Mutter und mein Papa. Hallo! Hä? Mom! Warte. Okay, Leute, es geht wieder weiter. Meine Mutter war gerade da. Also, wie vergessen, Like da, bitte. Hey, ich hab erst angefangen. Ich glaube, du wirst kein YouTuber, wenn du so dumm bist. Echt? Okay, du bist jetzt nicht so dumm, aber so gehen. Oder? Das sagen knapp alle. Okay, komm mal in mir in die Augen. Nee, nee, nee. Oh! Nee, du weißt, ich zoome voll nah ran. Nee, nee. Und jetzt. Jetzt aber nicht mehr. Okay, Leute. Ich weiß. Okay, Leute. Okay, komm. Oh! Dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir mal da hin. Oh, meinst du es. Oh, die Bienen schlafen. Und die können gar nicht raus. Nur wenn der Deckel aufgemacht ist. Mehr nicht. Und du hast das einmal gelockt und irgendwas noch gemacht und dann hat es nie gemacht. Ja, wo ich es aufgemacht habe. Äh, warte. Ähm, dort ist auch offen. Wow. Okay, komm. Dann gehen wir mal weiter, weiter, weiter. Alter, alter, alter. Ey, aber wir können jetzt einen Livestream machen. Aber wir müssen dann das sofort auf YouTube raushauen. Hä, wirklich? Das können wir gleich tun. Also, Leute. Gleich machen wir einen Livestream. Ja, oder, Jason? Immer mit dem guten alten Besenstiel. Sag mal Hi. Hi. Zoom. Hi. Hi. Okay, warte, wir gehen kurz. Ich habe den Pimmel an. Hey, ich habe gar nicht mal den Pimmel an. Ich habe den Pimmel an. Ich habe den Pimmel an. Oder? Schreibt es in die Kommentare. Habe ich Jasons Pimmel angezoomt oder nicht? Schreibt Pimmel. Schreibt meine Hose an. Ja. Schreibt Pimmel, wenn ich in der Nähe von Pimmel angezoomt habe. Oder schreibt Körper, ob ich es nicht angezoomt habe. Okay, dann, Leute. Wir beenden das Video. Wir machen gleich einen Livestream. Und dann geht es los. Ciao. Aber vielleicht. Okay? Wir versuchen es. Dann. Ciao. Ciao, ciao.